Hallo Freunde, willkommen zurück in Borderlands 2 Mit der kleinen Legacy 015 und dem großen Maskenmann-Killerzwerg Maskenmann? Ach, ich hab ja die schöne Maske an Was ne komische Maskenmann, ich hab ne schöne Maske an Hat sie mal hier wieder in den Super-Gram-Auf, Autos Ach stimmt Falls ihr hier gestern einer gewundert hat, wieso ich hier Mission umgestellt hab Ganz einfacher Grund, wir machen immer weiter und weiter und weiter Und irgendwann sind wir im DLC Nr. 250 angelangt Und haben die anderen Haben die Mission noch gar nicht gemacht Ja, die alten Ich steig mag schwind aus, ich roll mein eigenes Was ist denn hier? Ich kann kein Fahrzeug spawnen Egal Warte, 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 ich fahr da runter Hm? Ich fahr da runter Da ist die Drohe Hier unten? Ja, in der Höhle drin Mit Granaten-Mutz So So Ja komm, wir sch- Die sind so schnell Tod bist du Noch drei Starger töten Dann hab ich wieder nen Badass Ach so bin ich eigentlich Ach so bin ich eigentlich Ich hab kein Badass-Rang Ich hab den Glaub ich mittlerweile Was ist hier? Da oben gibt's noch ein Ausrufezeichen Ich nehm's kurz an Okay Hier gibt's ne Höhle Oh, ich komm mal Komm mal mit rein Hunter Spain Wo ist denn der Höhleingang? Ach, das ist gar keine Höhle Nee Aber hier gibt's noch eine Drohe Auch Action-Skill Also Artefakte gibt's hier Schau mir die mal an Kannst mitten im Wind Du kannst Barsch Okay Ups Müssen wir eigentlich hin Ähm Ich wollte das Ausrufezeichen da oben annehmen Ups Ich glaube ich bin besoffen Ich lauf kurz Ich komm mit Oben gibt's hier auch Munition glaube ich Ja Zumindest Waffen Ich habe gerade hochbrisante Ware Bei Warnels Arm Ageddon bestellt Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen Das ist gar nicht so schnell wie möglich abholen Oh wir haben noch zwei Minuten Gebt uns im ersten Briefkasten Möge es dir helfen viele Gegner zu töten Denk daran wir haben immer geöffnet So Hol du das Ding ich geh zum Auto Hm Obwohl wir sollten vielleicht zwei Autos nehmen Hyperion möchte daran erinnern Das alles noch viel Schlimmer ist Oh das ist aber ein schöner Arm Der muss trainiert haben Kannst du ein zweites Auto holen? Ja Bei mir ging's nicht Okay Okay So dann fahren wir mal dahin Ja Ah jetzt warum bin ich denn jetzt auf dem Geschütz? Ich will eigentlich nach vorne einsteigen Ich glaube ich bin heute wirklich besoffen So wie ich fahre Fahr du einfach durch die Straße weiter Ich mach das Ding da Hm Ich mach das Ding hier Du kannst die nächste machen Okay Au oder auch nicht Ich hab irgendwo gegen geknallt Der Arm muss einer Schneiderin gehört haben oder so Und das sieht man am Metatarsus Am Meta was? Am Metatarsus Was auch immer das sein soll Du Du So zwei fehlen noch Ah ich glaub da oben musst du hin oder? Ja Eine Stunde Ach eine Stunde 39 Wollte jetzt schon mal eine Minute 39 Wern einfach mal da hoch Ich glaub mit rennen bin ich jetzt im Moment schneller Weil mein Fahrzeug müsste ich erstmal zurücksetzen das dauert Ich geh zum nächsten dann Ah Ah Ist du da grad ein Garant? Ja Hm War doch nicht schnell Ach du bist bei dem? Ich bin bei dem ja Ich bin bei dem ja Ach Kann man da Ah Mit C wenn man mit ein Geschütz drin hockt kann man in der Fahrerraussitz einsteigen Oh man Ey haut ab ihr scheiß Viecher So Ups Oh nein Oh oh Nein nicht sterben Oh man Hoffentlich Okay Steh auf du scheiß Roboter Komm jetzt hier nicht mehr Oh 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 Hast du ihn abgeholt? Den letzten Arm Ähm Ja Gut Leg die Dinger in mein Schließfach Dann werden wir sehen ob diese arme Get on Calm tatsächlich so gut ist Oh man nein Diese dummen Drachenviecher da einmal Ja ich hab hier auch Probleme mit denen gehabt mit diesen Stalkern So wie viel Zeit haben wir denn jetzt? Achso Wir müssen doch zurückbringen Glaub ich Ja Oh jetzt noch ein Badass Leck mich doch Lass mich in Ruhe Ja Äh Wo geht's denn hier zurück? Ach du kacke Hier Hier Falsch gefahren oder wie? Falsch gefahren oder wie? Oh oh Scheiße Die Ware ist nicht verdorben Oh Ups Verdammt nicht rechtzeitig geschafft Kann ich halt gleich wieder annehmen Ich warte hier Wo ist denn? Wo ist die Kaste denn? Ähm Bei dem Fähig Also oben? Ja Ja Toll Auf Mino Ich komm da nicht mehr raus Ich hab hier aber auch Probleme mit solchen komischen Insekten Ich hab hier aber auch Probleme mit solchen komischen Insekten Hm Scheiße Wo bin ich denn gerade? Guck mal wo ich bin! Ich bin voll weit weg Ich bin in den Bach gelandet Ich komm immer raus Ich muss laufen Da oben muss ich hoch Okay Dann laufen wir halt ne Runde Ach da kommt ja jemand Okay Links, links, links Kannst du gleich ein zweites Fahrzeug holen Und losdüsen Okay Dann kann ich nämlich gleich einfach einsteigen und Wo sind die? Wo kann ich die denn holen? Da vorne Hier hinten ne? Nö da vorne Beim Odo Fahr du einfach los Kannst du gleich ein zweites Fahrzeug holen Dann muss ich holen Also noch unser Pause Okay So, dann beeilen wir uns mal Dann holst du jetzt diesmal das erste und nichts meine ich Okay Äh Hier hoch oder? Äh links, links, links Da runter Ah Ähm Äh Ich Irgendwie Ach da runter Ah doch da hoch Hä? Oh Mann Oh Mann So Okay Hier bin ich wichtig Der Arm muss einer Schneiderin gehört haben oder so Das sieht man am Metatharsus Boah dieses scheiß Drachen Hm Hm Und ich Und ich Wo ist denn dieser scheiß Briefkasten? Ist der unten? Äh Oben Leiterhof Vermutlich findest du den Rest von Taggerts Kapiteln Okay Du hast fast alle beisammen Beeilung Fahr du schon mal zu ihm zurück Da gibt's nochmal so ein Ding da Zum holen Ah ja stimmt Stimmt Fahr du zurück Hm Ja ich komm grad hier nicht weg wegen den Drachenviechern Ich merk's Hm Ah toll Irgendwer hat jetzt Ah Gut Oh Mann mein Auto ist weg Hm Hm Oh Scheiße Und meins hängt wieder fest Scheiße Diese Wurmviecher die Ziehen mich zurück Wurmloch-Trasher Das war flott Leg die Dinge in mein Schließfach Dann werden wir sehen ob diese arme Getron-Kram tatsächlich so gut ist Oh Mann Toll ich bin tot Hm Dann hoch mal dass du irgendwo in der Nähe rauskommst wo Wo der ist? Ja Das ist ja natürlich Praktisch So wo bin ich? Okay Ja ich glaub So ganz in der Nähe bin ich glaub ich gerade nicht Oder? Näher als ich Ich glaub ich muss hier unten durch ne durch den Tunnel Geht die richtige Karre Oh Mann hoffentlich schaff ich das rechtzeitig So aussteigen Schnell rennen 30 Sekunden hab ich noch Ah Geht's aber schnell Bin auch da Nein Daneben geklickt Das nenne ich unverdorben Gliedmaßen Abschluss Super Geschafft Abschließen Achso Es gibt schon ein Spruch von wegen Arm ausreißen damit man lachen muss Wie lehrt Vitalitäts Artefakt plus 24% maximale Gesundheit Mh Plus 24% Maximale Gesundheit Das ist geil Er wird die Chance das Feinde seltene Beute fallen lassen Hab jetzt Äh Irgendwas um die 1000 Leben Und 500 Schild Ja ich hab ein bisschen mehr Schild Dafür ein bisschen weniger Leben So was müssen wir jetzt tun Was Hier ist noch Ich hoffe ich hab das Ding nicht gekauft Oh ne So So Hyperion Gratwodiert Harries Level zur Geburt ihrer Zwillinge Und wünscht ein Glück Wer hat Zwillinge? Wer hat Zwillinge? Irgendein äh aus diesem Dorf Achso Wie auch immer So Hier zum Wildlife Exploitation Preserve Okay Ich versuch kurz nen Monster Stunt Oh Gute Idee Ah Scheiße Klar geht's nicht weiter Hm? Da geht's nicht weiter Ah stimmt Nein Runter gefallen Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ihr scheiß Viecher Ihr habt nur gewartet dass einer von der Drücke springt Gibt's denn da? Ist da ne Höhle? Nö Ich bin grad unter dem Wasserfall Das sieht irgendwie cool aus Ich seh dich nicht Aber jetzt Hm Oh das schießt wieder einmal mit irgendwas Natürliche Autowaschanlage Oh Mann Ach wir müssen zur Dingo killen Hier irgendwo Kommt noch eins Was? Für irgendeine Quest oder? Ach wir gehen einfach da hoch Fertig Okay Bisschen Munition holen noch Ich glaub da gibt's wieder auch nen Dungeon Stimmt Wild Life Exploitation Preserve Dann das erstmal nen Cut machen Ja dachte ich auch grad Ja Leute ich würd sagen wir sehen uns an dem nächsten Teil wieder wenn's wieder heißt Let's play Borderlands 2 mit Mit Killerzwerg und Legis C015 Irgendwas schießt auf uns noch Ja aber von weit ganz weit weg Guck mal das Ding da an Ö Was kommt denn da? Ja guck mal da rüber Das Ding ist irgendwo da ganz weit drüben Hm Komisch Ja bis demnächst Leute Ciao Okay tschüss